Uuuuund hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4 Beta bzw. so ein wirkliches Let's Play ist es ja gar nicht und wir spielen eine Runde Conquest einfach nur weil ich mal Conquest ausprobieren wollte weil dieses andere Domination ist ja ohne Fahrzeuge und Tanks und Flugzeuge und ohne überhaupt irgendwas und ja ich würde halt auch gerne mal was mit Fahrzeugen, Flugzeugen und so weiter und so fort probieren und ich habe hier gerade die Serverauswahl gesehen ich habe das Gefühl die ganze Welt spielt Battlefield 4 Beta das ist ja heftig ich habe mal alles aktiviert also alles darf der Anzeigen und so also Conquest alle Spielmodi und alles Alter das ist einfach nur heftig ja was da abgeht bei denen pro da da kloppt man wieder auf sein Headsset ein so wo ich denn da rüberkommen D- die Beschützung wäre natürlich schlaue ne weil da hab ich hier gerade keinsrider auch schwimmen oja was ist das auch tauchen kann man auch toll, jetzt komme ich aber nicht mehr hoch auch geil ah, hier komme ich wieder hoch das ist der erste Spieler, den ich bis jetzt hier sehe naja, der versucht hier von Weitem also ich habe schon ein Flugzeug gesehen, aber ein, äh Dings, ähm ein 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 Panzer oder so, habe ich nicht, das habe ich gesehen ein Panzer lol ah Primärwaffe keine Ahnung ja, okay kann ich auch in Autos steigen? oh, die haben die Stereoanlage jetzt nicht mehr da ist doch der Lama ausgegangen da müssen wir den Teil da dependen wohl muss man doch noch attackieren versuchen wir das doch mal zu dependen da sind auch schon cool hier auch schließen hätte mich gewundert hier geht's hoch wie es aussieht irgendwie haben hier alle nur ihre fetten, äh wie heißen die Dinger ja, Snipergewehre zum Beispiel das war jetzt gerade ein Recon, ne ja, und hier dauert es ein bisschen, bis man, äh, wieder auto-deployed wird irgendwie finde ich den Spielmodus blöd muss ich mal so sagen Geil Kann man da rausspringen? Naja Fallschirm, Fallschirm hol sich hin dahin, ne einfach nur geil ouch, ouch also irgendwie wird hier auf der Minimap nichts angezeigt und ich hätte gerne so einen Team-Deathmatch-Modus und nicht Recon nein, nein, nein Sword da, der erledigt direkt die Arbeit für mich ok, also die Minikarte hier werden nicht alle Spieler angezeigt ist das erste, was mir hier auffällt das ist mir jetzt nichts aufgefallen doch, hier gibt's Aufzüge Alter, wie geil welche Tür öffnet sich ja, Adi wie geil dieses Buchhaus, ey so, die benutze ich erst nochmal welche Tür geht auf? die cool die 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 keine Ahnung all so auch 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 ich habe nicht getroffen auch die Sniper nerven weil ich kein Snipern kann ich bin irgendwie so blöd für ich will es noch mal so sich warum aber ich kann es nicht ist leider so ich bin jetzt gelandet irgendwo am Skyscraper ich habe ja gerade so was von Bock dann noch mal runter zu hüpfen aber ich kann nicht einfach nur weil es mir Bock macht irgendwo runterhüpfen oh das ist cool oh ich habe sie mal hinterher 5 weil schon fast vergessen wir sind nur Sniper unterwegs, kann das sein? Also wie gesagt, wenn ich hier irgendwie zu blöd bin oder sowas, dann sagt mir Bescheid in den Kommentaren. Also ich bin absoluter Battlefield-Nobe, aber die Beta mal ausprobieren, das gehört schon dazu. Zum Gamer-Dasein, ne? Klappen wir die meinte, ja. Scheint so ne Art Schrottplatz zu sein. Ich hab das Gefühl, der läuft vor uns weg. Und da ist ein Tank von uns. Darf man da rein? Nein. Nein, 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 den will ich haben. Geil. Das ist echt geil. Kommen wir sich hier eigentlich auch bewegen? Ich hab irgendwie nicht das Gefühl, ne? Ah. Oh, das war grad grad irgendwie was komisch, grad irgendwie. Ich hab grad nicht kapiert, irgendwie. Irgendwie halt, ne? Egal. So, was ist noch mal der dritte Spielmodus, den man hier spielen darf? Oh, lol, Granate. Und da hinten ist einer. Nein, nein! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Hier, herr 3. Alter. So, der Squad besteht hier aber nur aus Pier. Oder bin ich blind? Und dann ist man wieder hier einer durch die Wand, ähm, schneipern. Ich liebe es. Das ist ein geiles. Komm mal hier raus! So. Ich krieg hier Skype-Messages, ne? Ich glaub mal, da hört man nicht in der Aufnahme. Lol. Ah, ja. Ja, ich bin mal hier im Panzer, äh, Spawn. So. Ich glaub, wir haben einen, der auch fahren kann. Folgt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vor. Ich glaub, hier drin zu warten, das bringt's nicht. Lol, lol, lol. So, wir merken, die Map ist hier erweitert. Großer. Und es gibt einen wunderschönen Alarm. Und die Graf hat hier grad nachgeladen. nos perché es wird auch schützt. Nein, ich brauch grad das Geschütz entfernen. Schade. das ist ja nicht ganz cool all das ich habe das Gefühl wir sind hier in Shanghai das ist der Fall so hier kann man auch sicherlich drunter oder ich dachte ich bin und sie hätte ich auch alles zerstören mal nicht alles weil wir erkunden hier ein bisschen die Märkten hier hochkommt man aber nicht mehr hier kommt man hoch er steht auch direkt ein Tank rum die Tür geht sogar automatisch auf oh oh wir haben neutralisiert Objective Bravo er ist gut nach Haus kann man auch wieder der Teilchenflug sehen wir ja auch mit dem die ganze Zeit irgendwelche Dinger rum und irgendwo dahinter ist so ein Point B ne ne C und B kommt man hier hin jo ich habe keine Ahnung von welcher Seite die wieder öffnet alles ok alles ok mal das ist ja schon die Beschriftung auf der Waffe ich komme ich komme jetzt nein jetzt hat er mich ausgetrickst die 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 das da habe ich ausgetrickst die 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 oder die die Was hat das denn gerade? Eeeh, das geht aber nicht Das ist unlos was wir hier machen Oh, die hat ein Heldzelt Aber springen wir gemeinsam Okay, das ist echt doof Was ist das denn? Oh, I'm not going to do anything No, no, I'm talking to him Oh What? I think that's what I did to him Bye you one, bye Go, go, oh, go Eeeh, ich hab keine Munition mehr Ich hab kein Munition mehr Halt, Gampor Eindepräsident Ach, weiss, ich hab' mich zu blutmitglieden Bedeutung Bedeutung Kettbewerb von mir aber wenn die Paktkette auch noch ein paar Mal ein Blödsinn das ist ein Abortwolle mit der Endeffekt ein Veränder wenn auch zu benutzen er kann jeden aus dem Ort ist glaube ich in den von 19 auch noch nicht so denn hier hat er bei der warte die 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 so wird sich das nachdem er den nächsten ein die erlauben sie dort werden ein 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 das springen auch ein Prozent Prozent aber es wird so ein wenig wir haben ein Prozent über die ist es ein bisschen langweilig Prozent mal 17 16 die Welt zuerst aber nicht mehr das weiß ich nicht aber Prozent Prozent Wollte aber mal er lassen das heißt st so ist mein team hat gelost wird tschüss das war's